In einer harten Welt geht ein Mann konsequent seinen Weg. Dieser Mann heißt Bruebecker. Robert Redford ist Bruebecker. Ich will den Boss sprechen! Das bin ich. Ich bin der Boss. Ich bin der neue Gefängnisdirektor. Mein Name ist Bruebecker. Ich bin überzeugt, dass die meisten von euch hierher gehören. Denn im Grunde genommen habt ihr keinerlei Achtung vor euch selbst. Was halten Sie von unserem neuen Direktor? Ich versuche erstmal herauszufinden, wo er den Hebel ansetzen will. Womit er seine Reformen hier beginnen will. Das Ding in die Luft springen. Er ist gefährlich. Sind Sie verrückt, Mann? Was soll ich... Soll das heißen, dass Sie sich die ärztliche Betreuung bezahlen lassen? Nehmen Sie die Pfoten weg, verdammt nochmal! Kommen Sie nicht hier reinmarschiert, hören Sie. Von wo auch immer Sie gekommen sein mögen. Und unterstehen Sie sich, uns zu belehren, wie wir unsere Mitmenschen zu behandeln haben. Müssen jetzt verdammt über 200 sein da draußen. Sprechen Sie über Leichen, die hier auf der Farm begraben sein sollen? Irgendjemand muss ihn bremsen. Stehen bleiben! Wie viele Männer hat man begraben da draußen? Sie wissen es nicht mal. Das ist ungewiss, das ist verrückt. Die graben Leichen aus. Weil es Mord ist, worüber die da drin sprechen. Und wenn die so etwas billigen, wie soll man die Männer begreiflich machen, warum sie hier eingesperrt sind? Robert Redford als Robecker. Robert Redford als Robecker.